Hallo, ich bin John, 24 Jahre alt, aus Berlin und war schon seit der ersten Klasse an Tourner und Akrobat in der Nationalmannschaft. Vier Jahre, habe einen Guinness Weltrekord im Freerunning mit den meisten beiden Saltos, mache halt auch Parkour. Und extra für euch gibt es eine kleine Akrobatikeinlage. Viel Spaß! Untertitelung des ZDF, 2020 Bis zum nächsten Mal.